Wir haben ein cooles Eck losgefahren und heute bin ich mit einem Freund unterwegs auf Teilen der 8000er Tour, die ich schon mitgefahren bin. Auf ein paar Bergerl zwischen Koldeek und St. Engelma. Und, wie geht's dir? So, hier ist er. G'shaft. Ha, scheiße! Du warte, da geht's euch g'scheit, Ubi. Du warte, du warte. Musik 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 Tschüss Musik Bist du auch bei dir? Auf Musik 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 Schafft Hirschensteuer Musik 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 Ah, oh! Du schaust heute ziemlich scheiße aus, stehe ich gerade fest. Und ich rühre da auch so. Gut, gerungen hast du vorher schon so. W-A-M-A-M-A-M-A-M-A. Nach 36 Kilometer und 59 Kilometer sind wir wieder in Kulteck. Geil war's? Geil war's. Meine Frau geht normalerweise nochmal abklappt schon wie ein Bussi. Wie schaut's aus? Nur wenn es frisch rasiert wird. Das lassen wir. Das lassen wir. Das lassen wir.